Eivor Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrex Dahlie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in dieser Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Heels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Seagurt finden. Du hast etwas gesagt. Und du gehst noch in der Bducke. Du gehst da, und du gehst. Ich brauche dich. Du gehst das Ding. Ja so ist ja so. Ja... Mahm-mh-mh Mahm-mh-mh Mahm-mh-mh-mh Sag mir, dass Gorm noch lebt. Es schmerzt mich aber. Er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Ach, Götter. Ich hasse lange Reden. Wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Einer Herrschaft. Wir vergossen zu viel Blut beim Kampf gegeneinander. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem zehnten Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Hör. Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht. Wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit einem Gemüt zu verlieren, Yufina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Norni euch Glück gewähren. Mein König, ich biete dir meine Axt und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvi, Son. Du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Stürbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Bakhout, du lügst! Warte, Evo. Hab Geduld. Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Mein Onkel sah deinen Vater sterben. Eivor Wolfsmal, du hast Kjötvi getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Ächt ihn, Herr. Verban ihn in die Wildnis, wo selbst ein Sklave ihn ungestraft töten könnte. Eine weise Entscheidung. Der Tod wäre zu gnädig. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Stürbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben. Söhne und Töchter. Ich für meinen Teil habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Heels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Stürbjörn. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten. Sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Stürbjörns Plänen? Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor träumste von einer glorreichen Zukunft. Ein Krieger wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Was ich über das Schicksal weiß, ist, dass es nicht vorhersehbar ist. Darüber hinaus umsorge ich mich nicht. Du faszinierst mich, Wolfsmal. Weisenkind und Bruder, Krieger und Dichter. Du bist viele, wie es scheint. Du weißt einiges über mich. Ich habe überall Augen und Ohren, wie jeder gute König. Möchtest du nicht einer meiner Raben sein? Ich bin an Sigurd gebunden und ehren mich. Doch wenn sich unsere Schicksalsfäden noch einmal kreuzen... Ich verstehe. Doch sollte sich das ändern, wirst du in meiner Halle stets willkommen sein. Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. Und dann gehen wir in einem neuen Königreich. Sieh für mich, Söhnen. Ich kann es sehr einfach mit dem laughingen. Es gefällt mir nicht, wie diese Soldaten mich beobachten. Ich finde es schmeichelhaft. Meinst du, einer von denen wird dich heiraten und mit in die Hauptstadt nehmen? Er würde sich mit dir vergnügen und abhauen, du dumme Elster. Und dich mit einem kleinen Soldaten zurücklassen, den du alleine großziehen musst. Setz dich doch! Lass uns spielen! Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht zu laut. Haralds Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemand... Vor zwei Tagen befreiten wir das Land von Kjötwi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom treue Schwul deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lothbrok sind bereits seit acht Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den vier Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein. Die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Wenn wir gehen, brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Wir beanspruchen Kjötvis Beute für uns. Ich verabscheue Diebstahl. Aber wenn es das braucht, damit du meiner Sache folgst, akzeptiere ich. Stürbjörn wird durch den neuen König versorgt werden. Kjötvis Güter. Wir hören uns. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Was ich küsst? Eivor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Rom. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein, gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner! Siegurt! Was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug! Dein Platz ist hier, mein Sohn. An meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich muss mir einen Namen in der Welt machen. Und ihr habt Vornbergs Vorräte geplündert, wie ich sehe. Ihr lasst nichts zurück außer eurer Ehre. Du liest mir keine Wahl. Als ich zum Tink kam, war ich ein Prinz. Und als ich ging, nur der Sohn eines Jahres. Man hat immer eine Wahl, Siegurt. Ich stelle mich nicht zwischen dich und die Deinen, aber ich gebe dir nicht meinen Segen. Vor 17 Wintern öffnete ich dir mein Haus, Eivor. Und nun ist dein einziger Dank, mich auszurauben. Ich hätte dich den Wölfen überlassen sollen. Trauriger alter Elch. Nimm diese Worte nicht mit nach Englerland. Er hat diesen Tag selbst verschuldet. Ich weiß. Die Zeit der Tränen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke. Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge. Teil dir die Kraft gut ein, Dark. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Siegurt, wie lautet der Kurs? Die Söhne Ragnars haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Sing ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Frust schickt, um uns anzutreiben. Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenklan kennen und den Ruhm, den wir diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland oder Walhall! Nach Englerland souffst! Abflation! Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 In einer Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Sierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Sierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Citrus-Rezeptur. Danke, Sean. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? Du bist weit weg von zu Hause, Ava. Hm. Hast du meinen Tee? Oh, Minztee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut. Gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Na ja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also, es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass es nochmal passiert. Die zwei Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war weh. Zwei Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für... Du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Hallo, Leila. Sean, was hältst du von dem Grab? Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt. Damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Sean, was letztes Jahr passiert, ist dich. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in acht Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Sean war fleißig. Stellst du das in den Kühlschrank, Sean? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Das ist hübsch. Beruhigend. Sehen wir uns das mal an. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Ich starb, und nun schlafe ich, und im Schlaf träume ich, und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich, und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Leila, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Unterhaltungen von mir und Bex mit Desmond. Aus 2012, ähm, Dezember, glaube ich. Nur offene Gespräche, mehr nicht. Keine Quadratur des Kreises oder höhere Poesie. Aber er hatte ein paar interessante Einsichten zu seiner Zeit im Animus und was es bedeutet, ein Assassine zu sein. Hör's dir einfach mal an. Vielleicht stellst du fest, dass ihr beide ähnliche Erlebnisse hattet. Also, äh, sag mir, was du davon hältst. Außer du findest, dass ich in den Aufnahmen wie ein Volldepp klinge. In dem Fall sag einfach... Nichts. Ich meine, ich war ein bisschen erkältet, als wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich klinge ich deshalb so komisch. Aber egal. Okay, ich bin eh fertig. Und? Aus. Und aus. Oh, das war tatsächlich nur ein Knopf, sorry. Aber jetzt. Nein, nein, komm schon, Sean. Schalt das Ding raus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal. Laut und deutlich. Ach, ernsthaft? Klar, na komm. Wenn's sonst nichts bringt, hab ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. Reicht das? Ja, aber wieso denn? Weil... Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, Ja, das will ich. Oder... Nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt, Das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln. Das ist die Realität. So und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, Oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund rumgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Credo etwas Selbstzerstörerisches hat. Wenn der freie Wille der wichtigste moralische Stützpeiler ist, sollte es uns auch freistehen, ihn zu ignorieren und zu unterwerfen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Es sollte uns freistehen, uns mit den Templern zu verbünden. Wenn ich wirklich die Wahl hätte, könnte ich das tun. Ja, es widerlegt sich fast selbst. Eine Demokratie könnte demokratisch einen Diktator wählen oder sich entscheiden, die Demokratie aufzugeben. Unser Credo enthält die Saat für seine eigene Zerstörung. Das macht es so mächtig, glaube ich, unzerbrechlich. Ja, genau. Je mehr Freiheit man hat, desto gefährlicher ist es, weißt du? Wie auch immer, mein Vater ist sanfter geworden, aber er war sehr streng, als wir auf der Farm lebten. Er hatte alles fest im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg wählen konnte. Unser Credo, die Gebote, sie wurden mir rigoros eingetrichtert. Als ich ein Teenager war, befolgte ich diese Regeln aus reinem Pflichtgefühl. So haben wir das einfach gemacht. Das passiert vielen Organisationen mit der Zeit. Es kommt zu Stagnation, weißt du? Fundamentalismus. Ja, die Regeln zu befolgen wurde wichtiger, als die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesetzt hat. Und die Leute vergessen, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Das ist die Ontologie, oder zumindest eine Form davon. Wenn man Regeln um ihrer Selbstwillen befolgt und nicht wegen der Konsequenzen, die es sonst hätte. Ja, aber das ist doch rückwärtsgewandt, oder? Doch schon. Regeln zu befolgen ist einfach. Beten, am Wein nippen, eine Oblate essen. Rituale können Trost spenden. Aber dann exerziert man das doch nur durch. Es kommt den Leuten nur so vor, als würden sie etwas tun. Während es viel schwerer ist, naja, tatsächlich den Arsch hochzukriegen und produktiv zu werden. Ich glaube, Menschen haben einfach gerne Grenzen. Enge Grenzen. Sie wollen die vier Wände sehen, die sie einsperren. Da widerspreche ich nicht. Alles außerhalb davon. Alles, was das Leben kompliziert macht, macht auch Angst. Deshalb beneide ich dich. Du hast dieses Leben gewählt. Du hast diesen Prozess durchgemacht und entschieden, ja, ich glaube daran. Stimmt. Das fiel mich nicht davon ab, als Teenager ein unerstählicher Besserwisser zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Ich wäre gern ein Besserwisser gewesen. Ich wusste nichts. Nicht, bevor ihr mich gefunden habt. Ja, erst als ich dich und Rex und Lucy kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich ein Assassine sein will. Oh, danke, Des. Komm her, lass dich drücken. Eigentlich mag ich keinen Körperkontakt, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich werde dich nicht umarmen. Ganz sicher. Ich rieche nämlich sehr gut heute. Kannst du es einfach abschalten? Moment, ich stelle das nur schnell hier hin. Nehmt ihr alles auf, worüber wir reden? Du hast den Animus so oft benutzt. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mehr über die Auswirkungen einer langfristigen Nutzung zu erfahren. Dann bin ich dein Versuchskaninchen. Nein, nein, meine Kaninchen sind alle tot. Der Animus war einfach zu viel für sie. Süß. Kann ich dich was zum Sicker-Effekt fragen? Hattest du noch mehr Visionen? Sind neue Erinnerungen hochgekommen? Ja, das Übliche. Geisterbilder von Altair und Ezio. Ein paar Mal am Tag. Nichts Störendes. Nur kurze Momente. Sie gehen schnell vorbei. Ich bemerke sie kaum. Wie eine Gestalt im Augenwinkel. Oder eine Erinnerung an einen Traum von letzter Nacht. Aber vor ein paar Tagen hatte ich eine längere Halluzination. Es ging um Ezio. Er war älter, wohl um die Zeit, als er Kappadokien verließ. Er stand auf dem Deck eines Schiffes. Allein. Und durch ihn spürte ich ein intensives Gefühl. Von Bedauern. Oder Schuld. Und es kam mir vor, als hätte er den Glauben verloren. An sich selbst. An das Credo. Als könnte er nicht weitermachen. Seinen Idealen nicht treu bleiben. Als ich ihn da sah, fragte ich mich, ob das der Moment war, in dem er damit abschloss, ein Assassiner zu sein. Es fühlte sich so an. Jedenfalls, die meisten meiner Visionen sind kurz. Dauern nur ein paar Sekunden. Sie sind wie vollständige Erinnerungen an einen kurzen Moment, die aus dem Nichts auftauchen. Voll ausgestaltet. Ein komisches Gefühl. Okay. Sonst noch was? Neuerdings sehe ich auch Connor. Obwohl ich häufiger seine Stimme höre, statt ihn zu sehen. Aber das ändert sich sicher noch. Oh ja. Und gestern, kurz vorm Schlafen, hatte ich eine Erinnerung an einen Strand in der Karibik. Mit einem Haufen Seeleuten. Oder Piraten vielleicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hm. Das sehen wir uns mal an. Und wie geht's dir sonst so? Ganz allgemein? Tja, ich fühle mich älter. Viel älter. Und es fühlt sich komischerweise gut an. Ich sammle die Erinnerungen, Fähigkeiten und Gedanken von so vielen Menschen. Es kommt mir vor, als hätte ich ein paar hundert Jahre gelebt oder noch mehr. Kann es sein, dass das, wenn ich es zu lange mache, meine eigenen Erinnerungen überlagert, dass ich irgendwann all die anderen bin, aber nicht mehr ich selbst? Möglich. Es nennt sich Identitätssubstitution. Aber das kommt nur selten vor. Und jemand mit deinem Background sollte sich keine Sorgen machen. Mein Background? Du meinst meine Gene? Meine Fähigkeiten? Du besitzt Isu-DNA. Dadurch kannst du mehr sehen und tun und mehr überstehen als andere Menschen. Und ich leide auf mehr Arten als andere Menschen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Du meinst den Apfel? Ja. Er hat einen Soap, Becks. Er zerrt an meinem Verstand, spricht zu mir, betört mich, macht mich verrückt. Und was ich Lucy angetan habe? Gott verdammt. Nichts ist den Schaden wert, den ich angerichtet habe. Oder den Schmerz. Ich weiß. Aber du bist besonders. Darum geht es ja. Ich bin nicht besonders, Becks. Ich hatte Glück. Mehr nicht. Das verstehe ich. Wir sind Assassinen. Unser Credo zeichnet uns aus, nicht unsere Gene, nicht unser Blut. Jeder kann sich uns anschließen. Das stimmt, aber vergessen wir das für einen Moment. Was ich wissen möchte ist, sind jemals Isu-Erinnerungen hochgekommen? Isu-Erinnerungen? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Ich schätze, du hättest es gemerkt. Vielleicht irgendwann. Vielleicht können wir sie irgendwie auslösen. Gott, bringen wir erst die Welt in Ordnung, okay? Bevor wir anfangen, meine ganze Ahnenreihe auszugraben. Okay. Bei meinem Glück bin ich mit irgendeinem drittklassigen Isu verwandt, wie Sisyphus oder so. Ja, setzt dir hohe Ziele. Hey, muss man ja. Ich bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. Sean, denk daran, die Blumen zu gießen, wenn ich da unten bin, okay? Ich schreib's mir in den Kalender und lasse es mir aufs Bein stechen.